Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar habe ich gedacht, versuche ich mal mich an meinem allerersten Livestream auf twitch.tv slash playvideos4u und zwar am 18. Februar um 18 Uhr, wie passend, und ich werde da versuchen Ghost Recon Phantoms zu streamen und ich hoffe, es wird alles so funktionieren, wie ich das möchte und ich hoffe, dass da auch einige Zuschauer dann dabei sind, mit denen ich dann auch spielen kann. Also wenn genug da wären, würde sich da ja wunderbar wieder private Matches mal anbieten, dass man da wirklich mal richtig irgendwie zusammen zocken kann und sowas und ich freue mich auf jeden Fall drauf und hoffe, ihr seid dabei und schaut zu und guckt mal rein, wie ihr den so findet und wie ich das so mache und sowas. Das ist dann der Erste, den ich machen werde und ich bin drauf gespannt, ich freue mich auch drauf und wir sehen uns dann hoffentlich um 18 Uhr auf twitch.tv. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.